Peace Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer PopcornKeks und heute mal mit einer neuen Folge von Huxball mit... Walkon! Yeah! Und heute zacken wir Huxball 5 Punkte, also bis 5 Punkte, Zeitlimit ist unendlich. Wer zuerst 5 Punkte hat, das wird höchstwahrscheinlich Walkon sein, weil ich kein Huxball mehr spielen kann! Ja. Scheiße, man! Geht bei mir nicht. Ich bin die Nummer 80, warum? Frag mich nicht. Nice! Also, ich hab's euch gesagt, also Tim hat mir versprochen, der zieht mich 5-0 ab. Ja. Der hat's mir eigentlich versprochen. Nee, ey, das war ein Tor von mir. Scheiße. Nein! Leute, 2-0! Yeah! Scheiße, wieso hab ich nur geschossen, Alter? Nein, nein, nein. Mach noch mal ein Eindauk. Ja, gehst du auf die Stufenparty? Könnt sein, vielleicht nicht, vielleicht doch, keine Ahnung. Ich werde der ganze Zeit gezwungen von Johanna Kelling. Äh, ähm, meiner Stürz... Das ist wie zensiert. Ich werde mal gucken. Erst gucken? Also, bis jetzt noch nicht. Ich konnte auch, an welchen geht. Okay, meine Eltern kommen jetzt, mitten in die Aufnahme, das ist natürlich richtig geil. Wundert euch nicht, wenn ich gleich Hallo schreie. Dann kann ich ja jetzt ein bisschen rinnen. Hallo, ihr Popkörner. Wie geht's euch so? Mit Zucker oder Salz? Mit Butter oder... Was gibt's denn noch? Mit Butter oder Cola-Geschmack. Hey, Popkorn mit Salz? Wie läuft's bei euch? Der Senior... ...ist da. Ah, was ist los? Hast du einen DS angemacht oder was? Ohhhh! Ich hab mal schnell... Guck mal, guck mal, was ist. Geht erst zum Tor... ...geht an den Walkon. Das erste vor allem. Nein. Ah! Tor! Was mach ich denn da? Für den FC Bayern München. Du bist blau. Ach, scheiß. Ja, das Champions-Trikot ist auch... Ja, okay, das ist eher schwarz. Doppelblau. Dann bist du ja hier Schalker. Ah. Scheiße. Leute, wer ist Schalke-Fan von euch? Deabonniert mich bitte. Das ist... ...gleich null Abos. Yeah, 3-2, Mann. Yeah. Scheiße, ich dachte ich hätte Anschluss. Aber das wäre ein bisschen dumm. Ja, du bist schon... Hi, Mama! Hallo! Ja, wenn ich nicht... Doch, würde sie, wenn sie hier reinkommen will. Also, ich hab keine Kopfhörer auf, Leute. Ich spiel ohne... Immer ohne Kopfhörer. Scheiße, man. Wieso bist du nur so schnell, bis sie da gewesen, ne? Ich spiel immer mit. Ich spiel immer mit. Mit? Mit Kopfhörern. Mit? Mit Headphones. 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 Hör. Ich spiel immer mit. Oh! Hörer. Nein. Yes, Leute. 4-2. Der Sieg ist so zum Greifen da. Wir werden das schaffen, Leute. Einfach an uns glauben. Popkörner, ihr werdet es schaffen. Jawohl, jawohl, jawohl. Und da ist das Tor. Jawohl, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.